Komm, sag mal ganz ehrlich, hast du schon diesen komischen Ranzratte 1337 auf YouTube abonniert, oder? Äh, nein. Dann mach das. Ey, hast du schon Ranzratte auf YouTube abonniert, so? Ey, ich schwör's dir, wenn du nicht weißt, was das ist, ne? Ey, der macht so die geilsten Gameplay-Videos, so er macht so Sniper und so Truck-Simulator, er fährt so und... Ja, und so Müllabfuhr-Simulator, ich schwör's dir, ich spiele das voll lustig, man. Ach, jetzt mal ganz im Ernst, bitte, Müllabfuhr-Simulator, welcher Idiot spielt denn so einen Scheiß? Also an deiner Stelle würde ich mal ganz schnell die Fresse halten, er spielt das auch. Aber ganz ehrlich, mit der Frau kannst du gar nicht darüber reden, man. Das Einzige, was die mal am PC macht, ist ein bisschen chatten. Ey, ich musste letztens so Mülltonnen schleppen, Alter. Von einer auf die andere Straßenseite, war voll schwer. Ja, okay, dann seh ich das ein. Das Spiel scheint sehr cool zu sein, dann könnt ihr ja beide eine Lahn-Party machen und es tut mir leid. Wie geil ist das denn, Baby? Dankeschön, ja, ich geh schon mal PC abklemmen. Wer macht hier eine Lahn-Party ohne mal einen Gaming-PC? Bäh, bäh, der hat einen Gamer-PC, der Einzige, der einen Gaming-PC hat, ist Ranzratte, Alter. Du blöder Hampelmann spielst den Müllabfußimulator, also erzähl mir nix von Hardware, okay? Ach, weißt du was? Abonnier den Typen, dann wirst du sehen, wer einen Gaming-PC hat. Wen oder was ich auf YouTube abonniere, das bleibt ganz allein meine Sache, mein Freund. Und jetzt verpiss dich hier, du blöder Nvidia-Fanboy. Und jetzt verpiss dich hier, du blöder Nvidia-Fanboy.